Ein Überwachungsvideo sorgt in China für Aufruhr und Betroffenheit. Es zeigt ein zweijähriges Mädchen, das auf die Straße vor dem Geschäft ihres Vaters läuft. Ein weißer Lieferwagen nähert sich, macht aber keine Anstalten zu bremsen oder auszuweichen. Schließlich überfährt er das Mädchen. Doch damit nicht genug. Minutenlang liegt die Kleine auf dem Boden, aber keinen scheint es zu kümmern. Mehr als ein Dutzend Menschen passieren die Schwerverletzte ohne zu helfen. Das Überwachungsvideo fand seinen Weg ins Internet. Nun herrscht Betroffenheit in Chinas Internet-Community. Das ist ein typischer Zuschauer-Effekt. Wenn Sie es so nennen wollen, haben die Leute eine Verantwortungsverwirrung. Sie überlegen, muss ich stehen bleiben? Aber hier sind ja auch noch andere, die helfen könnten. Zudem war gerade Rush Hour. Studien zeigen, dass Menschen weniger empathisch und helfen sind, wenn sie wenig Zeit haben. Zehn lange Minuten dauerte es schließlich, bis sich doch noch eine Frau erbarmte. Sie habe sich gefragt, wieso keiner das Mädchen von der Straße gezogen habe, sagte sie später. Die Retterin, die zum Überleben Müll sammelt, wird nun als Helding gefeiert. Denn das Mädchen hat überlebt und erholt sich nun im Krankenhaus. Das ist eine gute Zeit. Die Retterin, die das Mädchen hat überlebt und erholt sich. Das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit. Das ist eine gute Zeit.